Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Leute und ihr seht es schon im Titel Leute Ansage an alle Badwars YouTuber Hashtag pick up the old Badwars Und zwar habe ich eine Challenge ins Leben gerufen, die vor allem an die Schwitzer Badwars YouTuber geht Und zwar geht es darum, auf einem Server wie NeroxWaze, auf dem komplett reingeschwitzt wird, mit Oldschool Minecraft Badwars zu gewinnen Das heißt ohne Maus Abusen, ohne Fast Bridgen, ohne sonstiges Leute Und ich, MissFox und MeisterGamer haben uns daran versucht und das seht ihr jetzt Am Ende dieser Folge werde ich nochmal drei Leute nominieren, die diese Challenge auch machen und die nominieren auch nochmal drei Leute Und dann geht es immer weiter, weiter, ab geht's Scheiße, ich habe den alten Shop nicht ausgewählt Oldschool Badwars, MissFox, merkt ihr das Das heißt auch kein rein Abusen, der MeisterGamer Ja, ja, ist mir schon klar, einfach so straight bauen Einfach straight bauen, ganz entspannt Es ist schon wieder zu schnell Okay, lol, der ist auch holy cool Junge Scheiße Oh, ich habe gehackt Ne, ich bin wieder oben Ach, der Typ ist da hinten Hey, wo ist der denn? Der Typ chillt da hinten Oh, lol Lol, der Typ, oh mein Gott Lol Lebt er überhaupt noch? Der lebt sein Leben, das ist ein Game of the Name of the No Stop Junge, Alter, gib dir mal sein Outfit, wie viel ist dein Outfit wert? Gucci Rose Also, hier, warte Okay, 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 warte, F1-Kurs Das ist nix wert, Alter, alles schluss Das ist noch zu, okay, da einfach Leute, ich habe jetzt nicht den besten Bogen, aber ich habe zwei Erbogen OH MEIN GOOOOOOOTT WOW OH MEIN GOOOOOOOTT ACHTEN 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 SHO Mein Teiltrag ist irgendwie weggebrockt Was geht jetzt? Ich hab ihn nicht mehr Ah jetzt hab ich ihn wieder Was ist denn hier los? Leck mich doch am Arsch Leute wenn wir alle rein rennen dann kriegt er uns nicht alle RINN IN DIE LUTZ Hä? Wo ist der hin? Oh ich hab den Kill bekommen Scheiße Leute einfach rennen RINN WAS IST ZEUG KILL SON NEU SON NEU WUH Ab nach oben Shit 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 Scheiße Alter Ich halt das Bett Da kommt die ganze Schafe rein was geht jetzt ab Jungen Habt ihr das Bett Ja Ich bin down Ich hab den letzten Du hast den letzten Geld Wir brauchen sowas von Gold Wir brauchen sowas von Gold Ich mach Miss Fox Nein du darfst nicht Miss Fox darf nicht bauen die zu schwitzerig Abgesehen davon verbinde ich jetzt auch noch alle Wege Damit wir jetzt so richtig oldschool gehen hier Digga was ist das mit dem Sound wenn man stirbt Digga Ich will ähm VIP VIP plus so Dann rette ich die Battle Szene Shit Ich hab mich einfach nur straight rüber gebaut Bitte was Ich hab mich einfach nur straight rüber gebaut Ich hab mich einfach nur straight rüber gebaut Alter wie trockst du da hast ich Hunger Ja ich bin full equipped Ja ich bin full equipped Jetzt gehen wir zu einem Team Und wie wirkt Gold? Hä? Ich hab halt irgendwann mal Gold gespawnt auf dem Server Gold Spawner ist aus Wie Gold Spawner ist aus? Was ist denn das hier? Cool mit Eis würde ich sagen Cool ins Bett Uhhh Alter Shit Alter wir sind on fire Junge wir sind on fire Das sind wir einfach absolute Legenden Aber der Typ ist runter gesprungen Boah Alter ich hab Junge Ich hab grad einfach Knockback Reduce mit normalen Clip Ja ich hab's Ja du hast es man Was geht jetzt ab? Wir haben gewonnen auf Nerox Wir haben gewonnen auf Nerox Alter Was sind wir für Legenden weiter Leute wir spielen jetzt einfach auf dem Server Auf dem der Battle Schwitze begonnen hat Echt so ne? Hier beenden wir es Leute wir kommen in der Rewi Runde Hiss mal jetzt Oh Achso ja Wir haben uns noch dazu entschieden auf Rewi zu spielen Und da nochmal zu gewinnen Uh Legends never die Meistergewinst haben wir einfach zu zweit gemacht Junge Ja man haben wir zu zweit gemacht Was? 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 Meistergewinmer beeil dich der Typ ist hinter uns Alter Lauf um dein Leben man Dicke Ich weiß nicht Boah Alter bist du eine Legende Aus einem großen Penis Ich hab den großen Penis Ich hab den großen Penis Ich hab den großen Penis Wow Wow Also bitte Er braucht schon dass ich direkt da Dass er sich noch einen hochbaut Nein Ich hab's Bett Ja komm Komm Nein Für die Oldschool Badwash Challenge Nominieren wir Gaming Set Fluffix und Wollnox ab geht's die müssen den Shit machen und die nominieren dann auch wieder 3 und dann haben wir ein cooles Ding so dann würde ich einfach sagen das soll es von dem Video gewesen sein wenn euch das Video gefallen hat dann zeigt es mit einer Bewertung hier könnt ihr bei den anderen vorbeischauen Meistergamer Miss Fox abonnieren und dann würde ich einfach sagen haut rein macht's gut und tschüss du kleinen Pisse auf Wiedersehen so warum sollen eigentlich nur die Leute die nominiert sind das machen es soll einfach jeder unter dem Hashtag Pick up the old bad was diese Challenge machen und vor allem die Leute die Bad Wars damals kaputt gemacht haben sind es jetzt dem Spielmodus schuldig ein Video dazu machen und dazu beizutragen Bad Wars wieder zurückzuholen das geht vor allem an all diese Drecks Bad Wars Schwitzer die den Modus einfach zerstört haben